willkommen zurück leute zu einer neuen folge pokémon legenden arceus so und in dieser folge ist das zeichen der dankbarkeit dran ein zeichen der dankbarkeit von mahiro hilft der person die vor langer zeit ein seltenes pokémon getroffen hat und stelle nachforschung zu diesem pokémon an hör dir an was mahiro vom diamant-clan in der grasland basis zu sagen hat okay ein neues pokémon vielleicht haben wir das auch noch gar nicht gesehen den werden wir doch gleich mal auf den grund gehen so grasland basis so da vorne ist der gute die gute oh du musst stark sein jona hat schon viel von dir erzählt ich würde dich gerne um einen gefallen bitten aber ich erkläre dir sofort worum es geht als ich klein war habe ich mich mal im obsidianen grasland verirrt ich wusste nicht was ich tun sollte und lief weinend umher bis ich zu einer schönen blumenwiese kam dort bin ich auf ein pokémon gestoßen das ich noch nie gesehen hatte es hat mir eine blume geschenkt und dann ist es vor mir her gelaufen als wollte es mir den weg weisen dank dieses pokémon habe ich wohlbehalten wieder nach hause gefunden leider bin ich nie dazu gekommen mich bei ihm zu bedanken und würde es deswegen gerne wiedersehen aber ich finde die blumenwiese einfach nicht würdest du die bitte für mich suchen gehen der einzigste anhaltspunkt ist die blumenwiese nein wir bekommen was wir erhalten eine grashidea okay die ist die gleiche blume die mir das pokémon damals gegeben hat ihr name ist grashidea bitte tun mir den gefallen finde die wiese im obsidianen grasland auf der diese grashidea wachsen ähm okay diese blumen haben wir die jetzt im inventar ah hier können wir einsetzen man kann an speziellen tagen seine dankbarkeit ausdrücken müssen eine blumenwiese finden also mir fällt bei blumen natürlich sofort hier hinten wieder die hammer naso insel ein die frage ist ist das schwierig und es hat dir eine blume geschenkt okay und bis noch gleich muss ich den controller mal wieder aufladen aber als allererstes suchen wir die blumenwiese vielleicht war hier die blumenwiese vielleicht war hier die blumenwiese das kam mir nur so in sinn weil hier immer diese kahle stelle war aber die sieht überhaupt nicht mehr so schön aus oh sie ist da ist das wirklich die blumenwiese von damals die blumen sind zwar verwelkt aber an diese landschaft erinnere ich mich noch ganz genau das muss der ort sein okay und wo ist das pokémon hallo pokémon von damals erinnerst du dich noch an mich du hast dir mal geholfen als ich mich verehrt hatte dank dir habe ich wieder nach hause gefunden hab vielen dank oh die blumen ähm okay was ist hier passiert ein scheimchen ach wie cool danke xox ich werde mich auch bei jona für ihren rat bedanken ich nehme an du bleibst jetzt hier um das pokémon zu erforschen stimmt's auf jeden fall so dann hoch ähm aua hier ist stehen geblieben hier ist stehen geblieben was ähm wir bleiben hier um das pokémon zu erforschen es ist weg taucht es hoffentlich wieder auf das ist irgendwie nicht so cool es ist hat uns gesehen vielleicht hätten wir doch gegen es kämpfen müssen kommt es nochmal wieder ok wir probieren mal eins das ist ja gleich wieder nebenbei wir gehen mal hier zur graslandbasis zurück ruhen uns einmal aus dann fliegen wir gleich nochmal zurück und schauen ob es wieder da ist oh das wäre ärgerlich aber es hat auf jeden fall die fliegenwiese wieder repariert so diesmal etwas vorsichtig würde ich sagen so von der ferne sehe ich erstmal nichts aber ich halte mal lieber ein pokémon bereit oh das sieht man auch bestimmt extrem schlecht hm hm wo ist es hin und was greift uns hier an ach ähm na gut dann einmal ganz kurz kabinella oh wir können mal ah spukball können wir eigentlich schon von unseren anderen pokémon ich weiß gar nicht ob wir das überhaupt schon gefangen haben wir können auch einfach mal in pokédex gucken so so wo ist das ähm war es nicht mit S hat es nicht mit S angefangen ich muss noch gar nicht mit S die 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 nicht berichtete aufgaben schém ihn fange scheinen auf der die die Blumenwiese und wir haben es noch nicht im Pokédex gekennzeichnet das heißt so hier mal nach Alphabet gucken wir noch mal hier rein nein es ist noch nicht es ist noch nicht aufgelistet oh man wo bist du vor allen dingen wann kommt es hierher vielleicht müssen wir noch mal aus dem Gebiet raus und noch mal ins Gebiet neu rein gehen ich würde es gerade mal probieren so einmal ins Dorf zurück das ist am ersten Mal entwischen lassen haben das ist aber nicht so schön okay so noch mal hierher zurück so und jetzt müssen wir wieder hier zurück hoffentlich ist es wieder da noch sehe ich es gerade nicht hier aus der Ferne da ist es wir können es probieren mit ein oh es hat uns gesehen Level 70 okay ich hätte nicht gedacht dass das kleine Pokémon so ein hohes Level hat wow ähm du musst es fangen versuche es noch einmal okay das könnte sich als schwieriger gestalten als ich am Anfang gedacht habe okay ich habe schon eine Idee ähm wir müssen aber wahrscheinlich noch mal ins Dorf zurück wir müssen dem auflauern und dann einfach die ganze Zeit Pockebälle drauf werfen bis wir es fangen können aber es darf uns halt auch nicht entdecken am Anfang okay so nochmal dorthin Level 70 ist halt auch schon eine ganz gute Hausnummer Lügelbälle man sieht es halt in dieser Blumenwiese extrem schwierig da ist es okay da sitzt es kriege ich das von hier hinten okay wir haben es gefangen sehr nice wir haben es gefangen super 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 okay also man muss sich anschleichen und dann es wird ein Flügelball ich wollte jetzt einfach die ganze Zeit Flügelbälle werfen bis wir es kriegen ich habe gedacht mit Level 70 bricht es wahrscheinlich eher nochmal aus aber anscheinend dann doch nicht wow super also gegen das Kämpfen war nicht effektiv und am Anfang ist er einfach geflohen also das wird jetzt die Lösung auf jeden Fall anpirschen und das heißt wir haben jetzt wieder ein Pokémon mehr oder auch nicht ach wir müssen es vielleicht erst mal ja berichten so ein Pokémon zum ersten Mal gefangen tausend Schaimin okay so ist nicht besonders groß aber es sieht irgendwie schon goldig aus 20 Punkte einmal ins Dorf zurück wir könnten das eigentlich mitnehmen um den Pokédex Eintrag zu vervollständigen das hat ja schon ein ganz stattliches Level eigentlich so dann würde ich nämlich hier vielleicht mal das Mammut da lassen und dann nehmen wir lieber das hier mal mit sehr gut da ist es unser kleiner Racker schon ganz niedlich freust du dich haha süß oh das mit den Blumen ist ja wichtig Moment wie mir das von dem Arm zu sehen das ist cool okay sehr schön okay Schaimin gefangen Aufgabe erfüllt damit sind wir bei dieser Folge auch schon wieder am Ende schaltet beim nächsten Mal wieder ein Leute macht's gut und bis zum nächsten Mal